Wir haben eine Studie publiziert aller Leitlinien weltweit und ungefähr ein Drittel der Leitlinien sagt inzwischen, man muss das Fieber nicht senken. Es gibt keine Obergrenze, ab der man senken muss. Alle diese Studien berichten von einer Verbesserung des Wohlbefindens. Das ist dadurch zu erklären, dass man weniger Schüttelfrost hat. Und, und das war für uns sehr interessant festzustellen, die maximale Temperatur, die Fieberspitze, war ein bisschen abgemildert in der Gruppe, die Wärme bekommen hat, im Vergleich zu der Gruppe, die keine Wärme bekommen hat.